Erstens kommen wir zu einer weiteren Folge zum Auflösenmarsch, 1.05 Uhr, setzen die Ernte fort, soja, hier wird auch mal fertig, aktuell wird nun Klaas geschmattet, oder wie man es nennen soll. Auf der Wieser 27, geht auch vorwärts, hier gab es eine Warnung, Probleme, was wir mit Entdeckung machen, ansonsten geht es gleich los mit Ballenpressen, dann muss der Junge hier schon wieder, ja das würde schon so, könnt ihr auch die Dinge hochheben. Warnung kam. Das ist, ja gut. Von der her ist es doof. Bisschen, bisschen blöd. Bisschen, von der Feld her, also von der Form her, war es blöd schwierig. Ein kleines Gerät vielleicht besser gewesen. Habe ich nicht. So, soja, ist auch fast fertig. Alles gut. Das wäre schön, wenn man ausmachen würde. Wie gesagt, jetzt wollen wir eine Arbeiten behandeln, bei Waldressen vor allen Dingen. Ist leider so. Tja, der ist zwar hoch, trotzdem. Ich denke, was kannst du. Später ein Sackl. Die waren noch recht dicht. Ich wollte nicht hören. Naja, war nicht so. Ich schau mal. Da können wir schon mal mit anderen starten, Ballenpressen. Das ist äh... 7. 7. 07, es war dunkler ja, groß schau mal auf 07 Wach! Okay, okay. Wir wollen die Technikums. So, wir fahren hier mal zurück, dann können wir das zurück nochmal in dem Feld und in der Wiese. Das machen wir gleich. Das wird dann hier machen. Ab sein. Was ist das? Das war's für heute. So, dann machen wir mal zu groß. Lange vorgewinnen oder kurze. Ah ne, guck mal. Dann schneiden wir in die Garage rein. Ja, besser als Hopfenfeld. Dann kann er nebenbei ins Hopfenfeld. Dann könnt ihr ja durch Stroh pressen. Und nebenbei wäre ein bisschen günstiger. Ach, wer ist Hopfenfeld? Dann geht's mit Hopfen. Dann schneiden wir es. Aufstehen. So. Dann lassen wir hier stehen. Bistig mal reif, ja. Dann wollen wir mal rein. Gehen wir mal bereit. Und wo wir die Seemaschine brauchen. Die Aussaat. Beginn. Die Anruise ist noch nicht so weit. Dann lassen wir euch ein bisschen stehen. Die Anruise ist noch nicht so weit. Die Anruise kommt. Die können auch den neuen Fruchtorten machen. da wäre er wenn man aufhörte voll mal Ah, voll. Oh, ich will das ein. Und... Dinkel. Dinkel haben wir lange gehabt. Immer Dinkel. Ich weiß nicht, wie die Zeit ist. Zeig das nicht an. Ja, wir werden zum Acker fahren. Oder die Folge werden. Och, der noch geschaffen. Zeig ja. Ich bin eh meistens drüber. Abonnieren. Abonnieren. Anni видите deg Tropώ. ist dann erst hier wo ist hier alles bekommen so liebe freundschaft das soll es heute gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen ich würde gerne meinen like freuen und gerne meinen Apo und ansonsten hören und sehen wir uns ich hoffe zu weiteren folgen dann sag ich mal tschüss und winke winke bei wir zählen Bis zum nächsten Mal Mats